so ist das doch toll ich hier übrigens mit meinem chevrolet camaro ss glaube ich und ich mit dem anderen wagen ja mission erfüllt erster trotzdem nur bronze alter so das wandeln wir mal schnell in packs um das sind jetzt ist jetzt ein fahrzeugteil gewesen was ich hätte einbauen können